Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tutorial, wie erstellt man einen Steam-Account. Vielleicht wissen das manche, einige nicht oder was auch immer. Falls ihr weitere Hilfen braucht, kommt gerne in meinen Discord-Server. Ist alles in der Videobeschreibung. Also, also, ich kann kein Deutsch. Hier ist mein, das wird dann, das steht dann im Link, also bei YouTube-Link da. Ihr könnt dann in meine Steam-Gruppe kommen, Kanal, ist natürlich alles da, Snap, Regeln, nicht beleidigen, nicht spammen und so weiter und so fort. Müsst ihr nur bestätigen, ist ja klar. Sonst hat man schon die Rolle, nehme ich automatisch weg. Aber wir fangen an mit diesem Video. Ups, da war Palle. Das ist mein Internet-Browser. Das ist der Among Us, was im Hintergrund läuft. Also, nicht im Hintergrund. So, ihr installiert Steam. Wie geht das? Zeig ich euch jetzt auch noch. So, ihr gebt bei Internet-Browsers, Google, Firefox, was auch immer ein Steam. Also, nur Steam normal. So, dann kommt Welcome to Steam. Welcome to Steam. Heute geht's nur um Steam, um das, um jenes. So, ihr seht ja noch, ich bin hier angemeldet schon. Ihr geht auf Steam hier, Steam installieren. Steam installieren. So, mach ich jetzt. Mal verlegen. Dann auf Öffnen. Dann auf Ja. Dann auf Weiter. Deutsch. Weiter. Ist egal, wo ihr sind. Weiter. Und dann macht er den Rest halt. Ja, ja. Hier, guck. Er macht dann alles hier. Installiert die Dateien alles. Und dies und jenes. Ja. Sorry, dass ich rumschreie. Also, nein, normal rede. Aber mein Mikrofon ist immer laut. Ein bisschen. Ein bisschen mal laut. Ein bisschen mal leiser. Ding. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr bei mir Ticket öffnen. Gibt's natürlich auch Ticketbot. Ihr könnt euch bewerben als Admin, als Crew, als Mod, als Serverpolizei, Designer, Team, Supporter, Partner und so weiter. Gewinner natürlich. Also, Gewinner nicht. Das ist ja nur bei GIFs. Ich kann heute nicht mit Deutsch. Auf Fertigstellen drückt ihr jetzt. Dann macht er das alles. Dauern nur zwei, drei, vier und fünf Minuten. Kommt drauf an, wie schnell euer Internet ist. Ist halt klar. So, ich bin ja nicht alleine im Discord-Call. Zusammen mit Michael. Ja, nicht mal hallo kann er sagen. Ich habe ja gesagt, so zwei, drei Minuten dauert es ja ab und zu mal. Alter, wie er es gefangen hat. Das sieht lustig aus. Dann schreibt jemand eine Steam-Message. Dann schreibt er den natürlich zurück. Und es gibt auch viele Tutorial, wie man hier, wie man Steam-Freunde hinzufügt, edit. Ich zeige euch auch alles noch. Beim nächsten Part. Oder beim... ja... Steam wird wahrscheinlich immer mein Favorite sein. Also mein Lieblingsfavorit. Mann, ich bin schon bei vier Minuten in der Aufnahme. Ja, danke. So ein Ronny. Meinst du? Ja. Wow, cool. Also Leute, wir sehen uns gleich. Ich schneide das Video. Also bis gleich. Und dauert halt echt lange. Können wir mal gucken. So Leute, hier sehen wir wieder. Kurze Karte habe ich gemacht. Also hat schon lange gedauert. Ihr geht hier auf kostenlosen Account erstellen. E-Mail-Adresse. Gibt da eure. Müsst ihr wirklich eure eingeben. Ist ganz wichtig. Mache ich es mal natürlich. Ein... S-T-A-G und C kopiert ihr. Und S-T-A-G fügt ihr es ein. Mhm. Wir haben fertig. Müsst ihr das machen? Binden halt... Okay. Jetzt kriegt man halt eine E-Mail. Ihr geht auf euren Internetbrowser. Auf E-Mail. Dann geht ihr auf... Ja. Ihr geht dann auf Steam. Ja. Ihr geht dann auf Steam. Hier. Meine E-Mail-Adresse bestätigen. Verlassen. Natürlich. Weil der halt keinen neuen Tab öffnet. Sie können das Fenster schließen. Okay. Hier. Also ich habe ja einen Account. Da muss ich auf 4 weiter. Gibt hier halt ähm... Spiele Gamer ein. Also wie viel, wie weiß auch immer. Spiele Gamer 2, 3. Ist bei mir. Ähm. Das Passwort müsst ihr immer euch merken. Neuer Account erfolgreich erstellt. Auf fortfahren. Und so Leute. Da habt ihr euren eigenen Steam-Account. Hoffentlich konnte ich euch weiterhelfen. Warum bestätigt ihr das nicht? Werfen diese Sitzung, wo da bereits erkannt ist. Okay. Account Name. Spiele Gamer. 3. Wir melden uns mal an. So Leute. Das war's jetzt mit diesem Video. Lass klein. Ein Abo da. Kommt gerne auf mein Discord. Und tschüss. 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 Tschüss.